So, bei dir hängt er, bei mir steht er. Ah, Manni, du Angeber. Komm, hast den Helm auf? Gut, er kann sich unter die Fracht stellen. Dann lass ich mal los. Schau, was passiert. Das macht doch gar nichts. Auf alle Fälle, ich finde es viel, viel genialer, wie der Gran jetzt funktioniert, gegenüber zum 2012er. Da war das immer irgendwie... Das ist ein bisschen weit weg, ne? Nein, nein, ich ziehe, ich hole den jetzt her. Ach so. Ah. Soll ich den blauen LKW mal zu euch rüberfahren wieder? Blauer LKW... Die Betonbumpen, nein, die kannst du gleich mal stehen lassen, aber auf die andere Seite glaube ich stellen. Die brauchen wir beiseiten noch. Ja. Ja, ich habe geguckt, dass ich den einen da zurückblieben kann, da kriege ich nicht hin. Ups. Oh. Komm mal rüber zu dir, Kelly. Bisschen zu dir. Ja. Ja, ich weiß, ich sehe es. Mal ein bisschen hoch. Jetzt kann ich glaube ich ablassen. Oder du musst noch ein bisschen schwenken. Ja, dann lass es mal. Langsam. Ne, ich muss da noch ein bisschen rüberschwenken. Moment. So. Ja, der bleibt stehen. Der aber, der bleibt stehen. Ja, ich komme jetzt gerade nicht darauf klar, dass der Grüne sich auf die Seite gelegt hat. Nein, Kelly, so ist es passiert. Ja. Aber warum immer nur drauf? Ey, Applaus, Applaus. Ups, jetzt versuch mal, ob du festmachen kannst. Ja, gut. Dann kannst du den mir dann gleich hinterher fahren, dann fahren wir mit dem gleich auf Baustelle. Ne, ja, die zweite ist nicht befestigt. Was, die zweite? Die zweite Kette. Wie, nicht befestigt? Nein, nur eine fest. Nur einer Seite. Ah, da musst du auf der anderen Seite, glaube ich, noch hingehen und schauen. Gehen wir auf die andere Seite noch und schauen mal. Ja, das ist nur eine Seite fest. Ja, warte mal, ich schau mal hier. Ladung, lösen. Ne. Ne, die sind beide fest. Hier sehe ich die auch. Schau, die Ketten, da unten. Ja, aber guck mal, geh mal rüber auf die andere Seite, siehst du das? Das nur eine fest ist. Ja, da muss ich die, glaube ich, noch ein bisschen rüber. Ja, die muss ich noch ein bisschen rüber. Okay, gut. Dann machen wir noch mal auf. So. Kannst du hier halt schieben. Eis, ich setz mich schon jetzt in deinen Traktor, äh, nein, Traktor. Ja, ja, Traktor. Dann muss ich noch mal runterlassen hier. In den LKW rein und fahr mal zum John auf die Hauptbaustelle. Bau doch mal die Betonpumpe auf. So, dann gehen wir los. Ach, die muss wieder aufgepumpt werden? Äh, Vorsicht. Ja, ja. Ich muss jetzt erst noch mal ein bisschen hoch und dann den nach außen schwenken. So, lassen wir das mal auspendeln. Äh, nein, 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 das habe ich den anderen runtergeschmissen, oder? Nein, die steht noch drauf. Dunkelgriefel fest. Ja, feine fest. Gut. Es ist zwar schlampig fest, aber es ist fest. So, muss ich hier nicht hinstellen. Oh, ich stelle hier einfach da hin. So. So, muss ja lang genug sein, dass es bis da eingefüllt wird. Dann klappen wir mal den wieder ein. So, nach unten, halt. So. Büh. Ach, nicht so weit ausfahren. Jetzt auch. Cool. Aufbaut müssen eingefahren sein. Na, was ist denn jetzt? Äh, aufbauten müssen eingefahren sein. Ich bin da schon dabei. Hallo. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, was ist denn jetzt los? Das würde mich ärgern. Okay, wie klappt das da? Ja, jetzt rieche ich in... Die Pumpe haben nicht hoch oder runter. Das muss ja auch wechseln. Ja, was ist denn jetzt los? Warum will der jetzt nicht? Leider einfangen geht nicht mehr. Hallo? Ah, jetzt geht's. Ja, da. So. Dann lassen wir den wieder ab. Du musst hast das andere ausfahren, Kelly. Was ist eine Blondine zwischen zwei Deutschen? Nicht die dümmste. Ey! Aber auch nicht die hellste Kerze. Ja. So, dann ab zur Baustelle. Bei dem muss man aufpassen, wenn ich gerade wagen, weil der nämlich echt Gas gibt ohne Ende. Kelly, lass mich mal rein. Habt ihr die Fahrzeuge, habt ihr die Dinge jetzt hingebracht ohne Begleitfahrzeug? Ist ja genial. Da wollte ich mal was füllen und krieg ich manchmal das Rohr auch hochgefahren. So. Aber das Gute ist, der hat einen ganz kleinen Wendekreis. Oh, da läuft einer über die Straße. Na und? Äh, Eis, ich will keine komische Messe auf dem Kopf haben. Habt ihr auch schon so ein paar Flickflacks? Oh, oh, oh. Ja, ich soll doch nicht im Chat gucken. Johnny, schau nie wieder im Chat. Nein, das ist blöd. Ich möchte ja wissen, was ihr schreibt. Ich möchte ja vielleicht eventuell auch Fragen antworten. Du kannst mich nochmal anschließen. Ja, die roten Ampel, die kann man hier ignorieren, weil die sind überhaupt nicht synchron. Was ist, ruckelt immer noch. Bei wem ruckelt es denn noch? Also bei mir ruckelt es nicht. Im zweiten, am zweiten Rechner, wo ich zuschaue. Bitte mal kurz Bescheid geben. Es sind 52 Leute da. Und damit wäre es cool, wenn ich das mal wissen würde. Manni, ruckelt, hat es bei dir bis jetzt ruckelt? Eben beim Fahren. Einmal. Ja gut, ich meine jetzt das Stream, wo du zugeschaut hast die ganze Zeit. Äh, Eis, kannst du mal deine Klappe aufmachen? Die ist auf. Wellington Diet, was Assaf, das sagten, Hemorrhoidaziden, was? Stream down. Was, stream down? Ist noch jemand da? Ja. Ja, also übertragen konnte nicht geladen werden, hä? Bei mir auch. Ja, stream down. Stream down. Ja. Übertragen konnte nicht geladen werden, was ist denn da los? Äh. Ja. Schreib mal in den Chat rein. Was? Dass ich... Hab gerade den Stecker von meinem Bruder gezogen. Äh, ja bei mir Leder jetzt wird da. Ja, jetzt kommt wieder ein klein Bild. Also das liegt jetzt nicht an mir. Ja, ist wieder da. Ist wieder da. Weiß auch nicht, war wahrscheinlich Steam-Sache. Sorry Leute, aber... Toll. Ich hoffe, die kommen alle wieder. Wenn alle wiederkommen schon, bestimmt. 15. Wer gönnt mir mal die Zuschauer in der DJ Hunter, schreibt. Oder die gönnen euch die Zuschauer nicht und bremsen euch aus. Hey, kommt, ist keine Zeit, oder? Das ist dann doof. So. Dann... Stell mir den Kran da oben auf, wo er hingehört. Kaderchen, bin wieder gekommen. Äh, jetzt... Den müssen wir da oben, glaube ich, aufbauen, gell? Ja. An der einen Fläche da. Jetzt muss ich bloß gucken. Äh... Was hast du denn jetzt angestellt? Okay, so. Abgebaut, fertig. Andere Seite. Ah, okay. Dann komm ich rüber. Dann werde ich jetzt hier das Zeug ausklappen. Weißt du, wie das geht aufbauen? Ja, jetzt muss ich erst mal das Ding hinstellen. Und dann müssen wir da hingehen und dann den Schraubenschlüssel in der Fahrzeugliste anklicken. Und dann kann man den aufbauen. Ich hoffe nur, ich stehe jetzt richtig. So. Ja. Müsst ihr hinhauen. Bulu kann sich da noch bewegen. Wie bewegen? Das ist ein Mobilplan. Ich war nur 2 kmh schnell, aber in den Himmel. Häng auf, wie Koppel. Seh dich heute noch im Wasser landen. So. Jetzt hoffe ich, dass ich da rankomme. Warte ich. Kennt ihr den noch schnell lose machen? Wollt den jetzt was näher ranholen? Ne, das passt schon. Ich komm ran. Ich muss los machen. Ich setze mich so wieder in die Innenansicht rein. Oh, der schaut geil. Der schaut cool aus. Das ist cool. Das ist cool. Genau. So, es ist los. Ja. Natürlich die Frage. Griffen denn auf Anhieb? Jetzt ziehe ich halt mal meinen gelben Ding. Das muss ich mal gucken. Ah, da muss ich doch noch ein bisschen weiter raus. Äh, Eis, soll ich dir schon was füllen? Ja. Geh, dann schau ich mich wieder hinten an dir. Na komm, schwenk zurück. So. Gut. Hoch mit dir. Ich weiß ja nicht, ob der Auto gerade wirklich so viel lupfen kann. Oh, Leute, ihr müsst den Ding wegmachen, den Beton. Weil sonst, obwohl, warte mal, ich müsste das eigentlich, ich müsste doch, da müsste ich vorbeikommen. Ich kann ihn noch ein bisschen höher. Uiuiui, wie der schwenkt. Boah, wenn da einer dran steht, dann ist das aus. Dann ist das mit lustig. Ich habe mich auch verkrümelt. Weil ich habe keine Lust auf Kopfschmerzen. Äh. Aber ich dürfte dann nach Hause gehen, ne? Schon. Ich habe ihn drüber. Wenn du mich doch kekst, wenn du mich ja triffst, dann habe ich auch nach Hause gehen, ne? Arbeitsunfall. Nein. Außenansicht, ja, das habe ich dann auch vor, dass man da mehr sieht. Oh, jetzt habe ich mein Fahrzeug natürlich voll doof stehen. Aber kann mal jemand bitte da hingehen und sagen, wenn der mittig ist? Ich sehe den Bauplan gar nicht. Wes? Was Bauplan? Von dem Kran. Da vorne, wo ich bin, da muss der Kran hin. Ja, aber ich sehe den Bauplan nicht. Ja, ich auch noch nicht, weil die muss ihn ja erst mal. Achso. Ah, die muss ihn ersetzen. Ja, ja, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt. Ja, pass auf. Babababam, 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 bababam. Den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. kein freier vorarbeiter verfügbar um einen arten brauchen zweiten vorarbeiter weil das ein extra aufgetragen ist ja was macht er jetzt so viel firma personal ach toll dann stellen wir halt nur einen arbeit nicht ein vorarbeiter was los ich bin in sicherheit gegangen weil der schon was an der hake hat ja auch beim so zuerst was du musst du erst aussteigen okay so dann machen raus aus meinem fahrzeug so zu wenig platz um einen rauben was zu wenig platz hallo stelle ich da mal in die mitte dann müsste eigentlich einig gehen ja 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 jetzt ich bin blöden stammfüße hoch hier vorne mit dem controller so ihr seht den nicht unter dem bauplan doch jetzt sehe ich den okay weil ich brauche ein bisschen einweisen weil ich den so doof stehen habe ich kann mir ein bisschen helfen john ich habe gerade nichts zu tun so 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 so